findest du jetzt muss wir alles noch mal hier kommen zig von den gegnern das ist ich habe zwei hunde erwischt das toll nicht der rede wert jetzt habe ich eine granate geworfen wenn es ist nichts das ist nur tot medik medik danke tanaka ja so also ich bin ja anscheinend das schwächste glied in der kette ich werde jetzt einfach nur noch hier unten diese nachtzüge weg ballern und nochmal gucken was passiert ich gehe nicht mehr da oben ins offene feld ich bleibe nur noch hier unten irgendwann wird es ja vorbei sein ich bin jetzt mal so ein scary chicken hier ja aber es ist einfach medik 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 das ist ein scheiß medik jesus pakistan 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 Ich bin noch bei dir. Nee, ich bleib hier unten. Ich bin eher Pazifist. Ich verabscheue Schusswaffen. Hä? Hallo? Medic. Was war das denn gerade? Dankeschön, Spartan. Äh. Also, irgendwie. Da oben. Da oben ist ein Sniper. Erdick. Erdick. So. Vorne. Ich bin... Was heißt hier vorne? Ich bin... Ja, ich bin hier hinten im Begraben. Weißt du? Wir müssen ja auch irgendwie ein bisschen Progress machen hier, oder nicht? So, guck mal, der zum Beispiel. Den schieße ich jetzt ab. Nee, er schießt mich ab. Ach, scheiße. Medic. Ach, das ist doch... Das hier hat genau Kilometergeld. Ach, guck mal, hier da. Der Köbel ist schon wieder tot. So. Ehrlich? So, bis auf die paar da hinten, ne? Boah, da hinten. Ich hab keine Granaten mehr. Ich hab keine... Ich hab auch keine... Womit soll ich schießen? Ich hab hier... Ich hab nur ein Assault Rifle. Ja, aber wo? So SMG hab ich hier. Ja, nehm' ich jetzt. Da oben, ne? Den hast du. Da ist ein Wolf, äh, Hund. Moment. Ja, das sind nur noch kleine, ne? Das sind nur noch diese kleinen Gegner hier. Oh, Light Rifle. Hallo, hallo, wo? Wo war die? Ja, das sieht... Das sieht wirklich gut aus. Da oben hin. Wat? Oh. Ja, das sehe ich schon. So, Arm ist weg. Hintern ist weg. Und jetzt bumsen. Ah, das war doch mal... Das war doch mal Koop, die zielrichtig. Das war doch mal wirklich Koop. Ja. Splinter Turret. Was ist das denn? Ich hab ne Splinter Turret. Was ist das Ding? Von den Knights. Ja. So. Treppen hoch hier, ne? Und Zigarette Nummer 6 von Marco. Was? Doch bestimmt war das schon die 6. links oben. Links oben. Nicht so schnell, ich hab hier ne Turret. Und ich bin ganz langsam. Oh ja. Moment. Oh. Hab ich? Ja. Ja. Gut. Es ist offen für eine Feindersphäre. Was? Ja, klar. Da runter? Cool. Oh, das passt doch genau. Jetzt ist es ein Uhr. Kurz vor eins. Oh. Ja. Ich bin nur so langsam mit dem... Ach komm, scheiß drauf. Hier kommt jetzt kein Gefecht mehr, ne? So. Jetzt bin ich mal hier. Ähm... Na echt? Hier muss ich irgendwas drücken bestimmt. Das da. Ne, doch nicht. Salvation lies within. Wir sind hier am Schicksalsberg. Wow. Das ist ein Knocker? Ich habe nur gedacht... ... 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